Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe alles verloren, was ich geliebt habe. Niemand weiß wirklich, wie man trauert, Amy. Ich schaffe das nicht ohne dich. Sie muss eine Entscheidung treffen. Werden wir uns irgendwann erlauben, wieder glücklich zu sein? Weißt du überhaupt, was ich durchmache? Manche Dinge kann man nicht einfach abhaken. Daddy kommt nicht mehr zurück. Ich wünschte, das würde er. Das Leben geht weiter. Nicht wahr? Wir sind nicht allein. Das werden wir niemals sein. Leute, es gibt den Herzen wie der Rodeo. Ich bin froh, dass wir alle hier sind. Es ist so schön, wieder hier oben zu sein. Bist du bereit? Ja! Ich bin froh. Ich bin froh. SchluchzeIAN- Untertitelung des ZDF, 2020